Das ist ein harmonischer Solo, das dauert 10 Minuten. Es gibt ja lustige Lieder, es gibt auch Pläne Böder. Das Lied ist im B-Dur, das ist von einer Kabarettgruppe aus Pfeier. Das Lied ist Körb und Hupftuchengold. Körb und Hupftuchengold? Interessant. Ja, was ist Körb und Hupftuchengold? Das ist der Postfrosch, das ist der Postfrosch, das ist der Postfrosch. Das ist der Postfrosch, das ist der Postfrosch, das ist der Postfrosch. Was ist Schwarz und Hupftuchengold? Was ist Schwarz und Hupftuchengold? Das ist der Postfrosch. Hupftuchengold. Das ist der Postfrosch. Hupftuchengold. Chellen, Schwarz und Hupftuchengold. Namers Winter. Wer hat den Postfrosch? Das ist der Postfrosch. Das ist der Post-Vorschreiber-Polizist, der, was den Post-Vorschreiber vermisst. Der, was den Post-Vorschreiber vermisst. Und was ist braun am Zaun? Und was ist braun am Zaun? Das ist der Post-Vorschreiber-Polizist. Das ist der Post-Vorschreiber-Polizist. Das ist der Post-Vorschreiber-Polizist, der, was den Post-Vorschreiber vermisst. Das ist der Post-Vorschreiber-Polizist. Das ist der Post-Vorschreiber-Polizist. Der Post-Vorschreiber-Polizist ist der Post-Vorschreiber-Polizist. Das ist die Ausmaus Und das heißt Das Liedl ist jetzt aus Das ist die Ausmaus Und das heißt Das Liedl ist jetzt aus Das Liedl ist jetzt aus